Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stellaris Leichtgemacht hier bei Simnox Gaming. Mein Name ist Simnox, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Handelswert beschäftigt. Woher kommt er, was ist das und was bringt er uns am Ende des Tages? Heute bauen wir darauf auf und gucken uns das Thema Handelsrouten an. Alles weitere dazu nach dem Intro. So und da sind wir auch schon wieder in unserem kleinen Reich der Pilzköpfe. Ihr erinnert euch daran, dass wir beim letzten Mal über das Thema Handelswert gesprochen haben, wo er erzeugt wird und wie man ihn dann schlussendlich nutzen kann. Heute gucken wir uns mal an, wie kommt denn der Handelswert von hier nach dort? Oder besser gesagt, wie sieht eine Handelsrouten aus? Handelsrouten sind genau wie der Handelswert selber im ersten Moment ein bisschen versteckt. Man muss zweimal hinschauen, um zu gucken, wo findet man die? Und es gibt grundsätzlich zwei Wege, Handelsrouten sich anzeigen zu lassen. Der erste ist, auf eine Station zu klicken, die weiter als eine normale Basis ausgebaut ist und hier auf Handelsrouten zu klicken. Alternativ kann man auch den Hotkey T benutzen. Oder als dritte Möglichkeit, jetzt habe ich gerade selber eine dritte Möglichkeit entdeckt, man kann hier unten den Handelsrouten-Karten-Modus benutzen. Alle drei Effekte, egal ob ihr den Hotkey, den Weg über die Station oder den Weg hier über die Karte benutzt, blendet euch diese Ansicht ein. Das ist die sogenannte Handelsrouten-Ansicht. Hier werden euch so bläuliche Linien angezeigt. Das sind die sogenannten Handelsrouten. Die zeigen, wohin euer Handelswert fließt und über welche Stationen er durch euer Reich sich bewegt. Jetzt hat man hier verschiedene Stationen, die blau oder orange hervorgehoben sind. Das ist orange, würde ich mal sagen. Orange bedeutet immer nur, dass das jeweils die Station ist, die ihr gerade ausgewählt habt. Blau sind die, die am Handelsroutensystem teilnehmen, die aber gerade nicht ausgewählt sind. Wenn ich jetzt hier die anklicke, wird die halt orange und die andere bleibt blau. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier zusätzlich ein kleines Fenster auf der linken Seite, wo ihr jeweils Informationen über den jeweiligen Handelsknoten bekommt, den ihr euch gerade anschaut. Es gibt dabei drei Punkte. Die Sammelreichweite, die Handelsschutzreichweite und den Handelsschutz selbst. Sammelreichweite bedeutet das, was ich in der letzten Folge schon angedeutet habe. Eine Station sammelt grundsätzlich den Handelswert in dem System ein, in dem sie sich befindet. Ebenor zum Beispiel sammelt elf Handelswert im Ebenor-System selbst ein. Normalerweise würde jetzt diese Station keinen weiteren Handelswert erzeugen, wenn sich andere Himmelskörper außerhalb des eigenen Systems befinden. Da aber auf Ebenor ein Handelsknoten gebaut ist, erhöht sich die Sammelreichweite um eins. Und hier wird das Ganze nochmal in Text ausgedrückt. Die Sternenbasis hat eine Sammelreichweite von eins. Das bedeutet, dass es in der Lage ist, einen Handelswert aus dem eigenen System und Systemen, die bis zu einen Sprung entfernt sind, zu sammeln. Im Endeffekt genau das, was ich euch beim letzten Mal erzählt habe. Also das, das und das wird entsprechend gesammelt. Und das spiegelt sich tatsächlich auch wieder in der Gesamtanzahl hier. Hier ist nämlich ein gesammelter Handelswert von 17. Das heißt, diese 11 plus diese 4 plus diese 2. Und das sind genau die 17, auf die diese Station jetzt kommt. Um das Ganze jetzt mal zu vergleichen, man kann es nicht nur hier sehen, sondern man kann es auch pro Planet sich angucken. Zum Beispiel, indem man hier über diese kleine Kiste mit dem Pfeil sich drüber bewegt. Der sagt zum Beispiel für Ebenor, elf Handelswert wird vom Ebenor-Handelsknoten gesammelt. Vier Handelswert wird ebenfalls vom Ebenor-Handelsknoten gesammelt. Und zwei Handelswert hier oben wird ebenfalls vom Ebenor-Handelsknoten gesammelt. Ergibt in Summe die eben angesprochenen 17. Jetzt geht also der Handelsknoten hin, sammelt hier, hier und hier den ganzen Handelswert ein und schickt den über diese Route runter ins Kompendium. Denn das Kompendium ist die sogenannte Handelshauptstadt. Dort fließt aller Handelswert zusammen und wird dort in die entsprechenden Ressourcen umgewandelt. Also entweder in Energie oder in Energie und Konsumgüter oder in Energie und Einigkeit. So einfach ist das. Auch hier wird jetzt entsprechend Sammelreichweite, Schutzreichweite und Handelsschutz angezeigt. Auf die anderen beiden Punkte gehe ich natürlich gleich noch ein. Hier seht ihr jetzt aber zum Beispiel, der Handelswert ist deutlich größer. Einfach deswegen, weil das Kompendium, der Hauptplanet, sich in diesem System befindet, der produziert natürlich deutlich mehr Handelswert, weil da leben mehr Bewohner drauf, da gibt es vielleicht schon Gebäude, die Handelswert erzeugen können und und und. So, jetzt kommen wir zu den anderen zwei Punkten. Der Schutzreichweite und dem Handelsschutz. Denn, ich hatte beim letzten Mal gesagt, wenn man was hat, was andere nicht haben, dann weckt das Neid. Und dann könnte es sein, dass jemand auf die Idee kommt, euch das wegzunehmen, was er selber nicht hat, ihr aber besitzt. Mit anderen Worten, es gibt hier galaktische Piraterie. Ich mache nochmal den Handelsknoten oder den Handelsroutenmenü auf. Mit T. Okay, T funktioniert nicht. Sehr gut. T funktioniert nicht. Okay, also muss man doch den Weg... Ah, man muss die Station anklicken und dann T drücken, Leute. Also, Station anklicken und T drücken oder über den Kartenmodus, dann bekommt ihr die Handelsrouten. Es gibt also doch nur zwei Möglichkeiten. So, wir sind wieder in unserem Handelsroutenmenü und hier sehen wir so einen roten Totenkopf. Dieser rote Totenkopf signalisiert Piraterie. In diesem Moment ist der Wert der Handelsroute 17,34 Punkte. Wir haben eine maximale Piraterie von 4,33. Und diese Piraterie wirkt sich negativ auf den Handelswert aus. Mit anderen Worten, Piraten pflücken hier schon Handelswert ab, auf dem Weg hier runter. Es kommt also weniger dort an, als hier auf den Weg geschickt wird. Das ist natürlich nicht so schön, weil damit büßen wir natürlich Erträge ein. Das ist nicht schön. Und, es ist noch dazu noch viel, viel schlimmer, der Handelswert ist jetzt derzeit höher als meine Piraterieunterdrückung. Das heißt, die Piraterie nimmt auf dieser Route sogar zu. Das ist eigentlich logisch. Die Piraten sehen, aha, ich kann hier machen, was ich will. Ich kann hier Händler überfallen und die Karawanen ausrauben. Und nichts passiert, weil niemand etwas dagegen tut. Also werden die Piraten tendenziell an dieser Stelle immer weiter zunehmen, solange wie der Handelswert höher ist als die eigentliche Piraterie. Wenn die Piraterie ihr Maximum erreicht, tauchen die Piraten hier sogar auf. Und man muss sie erst vernichten, um die Handelsroute wieder freizukriegen. Das kann also echt nervig werden und ist einfach ein kleiner Störfaktor. Was macht man jetzt dagegen? Erstmal gibt es den sogenannten Handelsschutz. Handelsschutz bedeutet, jede Station hat einen anderen Handelsschutz. Der ist davon abhängig, wie groß ist die Station, welche Module hat die Station und, und, und. Je höher der Handelsschutz ist, umso mehr Handelswert ist garantiert sicher vor Piraterie innerhalb der Handelsschutzreichweite. Dies in dem Fall von Ebenor ist die Null. Bedeutet, alles, was sich im Ebenor-System befindet, selbst wenn es dort Piraterie gibt, mindestens acht Handelswert sind immer sicher, weil der Handelsknoten so groß ist, dass acht Handelswert auf jeden Fall vor den Piraten geschützt werden können. Alles drüber nicht. Mit anderen Worten, je mehr Handelsschutz, desto besser ist euer Handelswert geschützt. Dann gibt es dazu passend noch die sogenannte Schutzreichweite. Die Schutzreichweite funktioniert ähnlich wie die Sammelreichweite und ist im Prinzip gezählt in Sprüngen entfernt von dem System, in dem sich der Knoten befindet, in dem Fall also das Ebenor-System. Das heißt, bei einer Schutzreichweite von Null betrifft der Handelsschutz nur das System selbst. Wäre die Schutzreichweite 1, wären Landis und Yarragana mit betroffen vom Handelsschutz, würden also davon profitieren. Bei 2 wären noch weitere Systeme betroffen und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Je höher also euer Handelsschutz und je höher auch eure Schutzreichweite, umso besser ist euer Handelswert vor Piraten geschützt. Eine zweite Möglichkeit, die Piraterie wieder loszuwerden auf einer Route, denn es wird sich unweigerlich dort, wo wenig Handelsschutz besteht, Piraterie bilden. Klar, Piraten suchen sich nicht unbedingt die stärksten befestigten Handelsknoten aus. Die suchen sich immer irgendwelche Ecken aus, wo sie leichte Beute machen können, wie die meisten Piraten das so tun. Wie kann ich dagegen jetzt vorgehen? Weil ich kann ja jetzt nicht in jedes System einen Handelsknoten bauen. Dafür gibt es die sogenannte Piraterieunterdrückung. Lasst eure Flotten in diesem System patrouillieren, um Piraterie zu reduzieren. Kleinere Schiffe haben eine höhere Piraterieunterdrückung. Bedeutet mit anderen Worten, ihr könnt eure Flotten auf Patrouille schicken. Mal ein Beispiel. Ich habe hier meine Glaya-Stella-Cluster. Die schwebt im Moment hier im Compendium-System herum und erfreut sich ihres Daseins. Denen kann ich jetzt sagen, hier oben mit diesem kleinen Symbol, das ist dieses kleine Fernglas und das Schiff, Patrouille, befiehlt eurem Schiffen zwischen ihrer momentanen Position und der Zielposition zu patrouillieren. Ich könnte jetzt sagen, macht Patrouille, klicke dann auf das Ebenor-System und dann seht ihr hier diese weiße Linie. Und dann patrouillieren diese Schiffe hier aus der Glaya-Stella-Cluster, patrouillieren immer zwischen diesen beiden Systemen hin und her. Hin und her. Das bedeutet natürlich, dass Piraten es viel, viel schwerer haben, irgendwo einen Angriff zu landen, weil ja immer mal wieder so ein Flottenschiff vorbeikommt. So eine Flotte fliegt vorbeiguckt, ist alles in Ordnung. Es ist im Prinzip wie ein Machtmeister, der seine Runde geht. Und damit greift dann die sogenannte Piraterieunterdrückung. Das heißt, überall dort, wo Patrouillen entlangfliegen, wird entsprechend sich die Piraterieunterdrückung auswirken und die Piraten werden geringere Chancen haben, Handelswert zu erbeuten. Mit anderen Worten, euer Handelswert auf euren Handelsrouten wird sich tendenziell verbessern. Kleine Schiffe haben eine größere Piraterieunterdrückung. Bedeutet, je kleiner die Schiffsklasse, umso mehr Piraterieunterdrückung. Klar, wenn da ein Riesenkriegsschiff des Weges fliegt, natürlich geht da kein Pirat dran, aber ein Riesenkriegsschiff ist langsam, es ist nicht sehr wendig, es braucht ewig, bis es wieder da ist. Da lacht ein Pirat drüber. Die sagen, ahaha, die sind gerade vorbeigeflogen, die brauchen 37.000 Tage, bis die wieder das nächste Mal hier des Weges kommen. Bedeutet also, leichte Beute, trotz allem für die Piraten. Jedoch eine Flotte besteht aus kleinen Schiffen, aus Korvetten, die wendig sind, die schnell sind. Die stellen ein viel, viel größeres Risiko dar, weil die können jederzeit auf einmal wieder auftauchen. Deswegen kleinere Schiffe, größere Piraterieunterdrückung. Wollt ihr also eure Handelsrouten sichern? Nutzt kleine Schiffsflotten, also Flotten aus kleinen Schiffen. Nutzt nicht eure Riesenkriegsschiffe, die könnt ihr benutzen, um euren Gegnern eine zu verbraten, aber nutzt die nicht für den Kampf gegen die Piraten, sind die nicht so effizient wie große Schiffe. Und das ist im Endeffekt auch alles, was man zur Handelsroute wissen muss. Zu guter Letzt werde ich euch jetzt noch kurz zeigen, was denn passiert, wenn ich jetzt dieses System hier ebenfalls in die Handelsroutennetze einspanne, sozusagen. Weil hier ist ja noch keine Station. Ich werde jetzt diese Station gleich in Auftrag geben und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze fertig gebaut ist. So, und da sind wir auch schon wieder. Das, ähm, ja, das Gebäude ist fertig. Die Sternenbasis ist ausgebaut. Ihr seht, der Handelswert ist auch weg, der Weiße. Der ist jetzt grün. Und es sind sogar acht, nicht nur sieben, weil sich der Planet in der Zwischenzeit, wie sich das Ganze aufgebaut hat, noch ein bisschen erweitert hat. So, was ist jetzt passiert? Ich habe jetzt also hier diese Sternenbasis. Da ist kein Handelsknoten drin. Der muss auch nicht drin sein. Eine Sternenbasis nimmt automatisch am Handelsknotennetz teil, wenn sie gebaut ist. Ihr müsst keinen Handelsknoten dort bauen. Der erhöht nur die Sammelreichweite. So, wenn ich jetzt das Ganze hier einklemmen, zack, ist hier auf einmal diese große, lange, neue Handelsroute entsprechend dabei. Und zeigt uns an, dass jetzt dieser Planet oder dieses System ebenfalls mit der Handelshauptstadt verbunden ist. Merkt euch bitte, die Handelshauptstadt muss innerhalb eures Reiches verbunden sein mit der Sternenbasis. Wenn zwischendurch ein System fehlt und ihr jetzt einen unterbrochenen Herrschaftsbereich habt, dann ist das nicht verbunden. Und dann wird der Handelswert nicht ordentlich transportiert. Das funktioniert dann nicht. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel in der Handelshauptstadt auch, dass zwei Handelsrouten eingehen. Einmal diese hier. Und einmal diese hier. Man könnte das jetzt ändern. Das ist jetzt so, ja, Advanced Threats. Lasst es für den Anfang einfach so, wie es ist. Das funktioniert auch. Ihr seht aber auch, dass jetzt hier überall diese kleinen Piraten auftauchen. Mit anderen Worten, überall hier werden jetzt Piraten kommen und anfangen irgendwann eure Handelsdinger hier, eure Handelsteile wegzufressen. So, dass womöglich gar nicht viel von dem Handelswert ankommt, wenn ihr nicht anständig die Handelsrouten beschützt. Das heißt, es ist gar nicht so unwichtig, sich darum zu kümmern. Ich würde es nicht völlig außer Acht lassen. So, und damit wisst ihr im Endeffekt auch jetzt alles, was ihr für den Anfang über das Thema Handelsrouten wissen müsst. Damit ist das Thema Handelswert dann auch vollständig. Wir haben jetzt kennengelernt, was ist der Handelswert? Wo wird er erzeugt? Was kann man damit machen? Und wie kommt er zu meiner Handelshauptstadt? Welche Gefahren gibt es? Und wie wehre ich mich dagegen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen schlauer nach Hause gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, weder vom Tutorial noch von anderen Reihen, dann könnt ihr den Kanal natürlich selbstverständlich auch gerne abonnieren. Ansonsten verabschiede ich mich für den Moment. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, bis dann.